Nein, wir hatten also nach dem Münchner Abkommen die 36 bereitgestellten Divisionen von allen Seiten in die Tschechoslowakei einmarschierten, denn Böhmen und Meeren waren ja im Norden, im Westen und im Süden von Großdeutschland eingereist. Zu dieser Zeit war es dann so, dass man erst mal als Zivilist arbeitete und erst als dann 1939 der Krieg begann, begannen die Einberufungen. Ich wurde aber erst Ende 1940 einberufen, sodass wir zwei Jahre Zeit für die illegale Arbeit als Zivilisten hatten. Erst dann, als wir zur Wehrmacht mussten, Alternative KZ, begann also die Arbeit in der Wehrmacht, also der Versuch Antifazellen zu bilden, wo man auch jeweils stand. Ich bin, nachdem wir fast zwei Jahre illegal gearbeitet haben, wie viele andere von uns, zur Wehrmacht eingezogen, die Alternative wäre KZ gewesen. Wir haben beraten, was machen wir? Weigern wir uns, den Einberufungsbefehl anzunehmen, dann bedeutet das Folter und KZ. Oder aber sagen wir, als Soldat hast du mehr Spielraum. Das war unsere gemeinsame Entscheidung. Ich habe also schon als Rekrut eine Bewährungsprobe abzulegen gehabt, als Soldat im antifaschistischen Kampf. Meine Rekrutenzeit war in Bayreuth und dort gab es eine illegale Gruppe. Und ein Handlungsreisender, ein Antifaschist, der zwischen der Grenze hin und her pendelte, der hat mich dort in Verbindung gebracht mit der Antifa-Gruppe. Für die war ich ein Fremder. Die wollten einen Beweis haben, wie verlässlich ist der Mann, was kann er. Und sie haben gesagt, wir brauchen Munition. Kannst du uns eine Kiste Handgranaten besorgen? Wir haben Sprengstoff in nicht genügendem Maß. Alles andere ist da. Ja, es war eine sehr schwierige Sache. Aber ich habe unter Einsatz meines Lebens eine Kiste Handgranaten bei einem Transporter auf die Seite geschafft. Und sie benachrichtigt. Drei Tage später flog in Bayreuth das Wehrkreis Ersatzamt in die Luft mit allen, mit der gesamten Kartei. Im Rüstungsbetrieb flog die wichtigste Maschine in die Luft. Und das Schwierigste, auf dem Flugplatz haben wir von drei Maschinen zwei in die Luft gesprengt. Nicht ich, die Bayreuther Antifaschisten, aber ich habe mitgeholfen, schon als Recruit. Und die Frage, was kann man als Soldat tun in einer fremden Umgebung, wo wir waren. Wir haben immer versucht, Antifa-Zellen zu bilden. Und wenn es ein Mann war oder zwei, und es war nicht leicht herauszubekommen, wo ist jemand, der genauso denkt wie du. Man muss ja bei solchen Fragen sehr vorsichtig vorgehen. Manchmal hat man einen Witz erzählt und hat an der Art der Reaktion gemerkt, ist das ein Gegner des Faschismus oder ist er jetzt empört, wenn ein Witz gegen die Nazi erzählt wird. Also das waren oft Testfälle. Also wo ich auch war, ich habe also immer und überall in absehbarer Zeit eine Zelle in der Einheit gehabt, in der ich als Soldat gewesen bin. Das ging nachher, als ich Funke wurde, nach der schweren Verwundung, noch viel besser. Und wir haben dann versucht, als kleine Gruppe, das uns Mögliche zu tun, also ein bisschen Sand ins Getriebe zu streuen, wohlwissend, dass der Einzelne nicht viel erreichen kann. Dass aber, wenn so etwas in Fülle passiert, dass man sehr wohl nicht nur sein Gewissen beruhigen kann, ich war dagegen, ich habe etwas dagegen gemacht, sondern dass man auch der anderen Seite zeigen konnte, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt. Wir sind da und wir passen auf. Wir sind da und wir sind da und wir sind da und wir sind da.